Dass ich so traurig bin, das hab ich gesungen. Bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationsheim, hoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt und kreischt Feuer. Echt? Na, das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch, meinst du? Ha ja schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätte man ein türkisches Kind, das sieht man ja noch schon. Das war's. Dapast, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020